Und jetzt schauen wir uns den Sinn und die Funktion einer Gleisfreimeldung an. Diese Gleisfreimeldung ist die elementarste Technik der Bahnsysteme. Ich will sie euch anhand folgender Animation zeigen. Wir sehen einen schematischen Gleisplan beispielsweise einer Eisenbahn- oder U-Bahnstrecke, sowie Signale und Gleisfreimeldung, welche die Gleisabschnitte begrenzen. Gleichzeitig sehen wir die Zugposition mit dem gelben Balken, aber auch die Wagenkastenposition in Umrissen, die Zugspitze mit der ersten Radachse oder dem ersten Drehgestell, aber auch die eigentliche Zugspitze, also die äußere frontale Begrenzung des Wagens. Wir beginnen mit der Animation. Der Zug ist bereits in voller Fahrt und nähert sich diesem Signal. Ein Signal des selbsttätigen Streckenblocks und der dazugehörigen Gleisfreimeldeeinrichtung. Diese Gleisfreimeldeeinrichtung, oder oft auch als Zugschlussstelle bezeichnet, erkennt Fahrzeuge oder genauer formuliert Räder und Radachsen. Mit anderen Worten, es erkennt den Beginn und das Ende eines Zuges bei einer Überfahrt. Technisch sind diese Gleisfreimeldeeinrichtungen oder Zugschlussstellen ausgeführt, beispielsweise als Gleisstromkreise oder als Achszellkreise. Gleissstromkreise sind niedrerefrequente Stromkreise auf beiden Schienensträngen, die mit den Radachsen eines Zuges dann kurzgeschlossen werden. Achszellkreise hingegen sind technische Detektionssysteme mittels Induktionsstromtechnik. Mehr zur genauen Funktion beider Techniken erläutern wir aber in den entsprechenden Themenkapiteln. Der Zug befährt gleich mit seinem ersten Drehgestell die Gleisfreimeldeeinrichtung. Diese wiederum nimmt diese Information auf, wird verarbeitet und gibt eine Ausgabeinformation an das Signal. Wir sprechen bei diesem Vorgang vom Signal-Haltfall. Der Begriff lehnt sich noch an Zeiten von Formsignalen an. Hier fiel das Signal auf Halt. Das Kriterium für den Signal-Haltfall ist das Befahren des exemplarischen Gleisfreimeldeabschnittes mit der ersten Radachse. Gleichzeitig mit dem Signal-Haltfall wird der Abschnitt belegt. Wir sprechen auch von einer Vorblockung. Dies erklärt auch die Frage, warum man als Fahrgast, sitzend in der Mitte oder am Ende des Zuges, das Umspringen des Signals beobachten kann. Nun befindet sich der Zug mit der letzten Radachse und dem eigentlichen Zugschluss der hinteren Abgrenzung des Zuges in der Nähe des gleichen Freimeldeabschnittes. Die Gleisfreimeldeeinrichtung erkennt die letzte Radachse, verarbeitet diese Information und gibt eine Ausgabeinformation an das zurückliegende Stellwerk bzw. Signal des zurückliegenden Blocks, also in diesem Fall an dieses Stellwerk. Wie man hier gesehen hat, fiel der Block in den Grundzustand. Er wird grau. Und angenommen, dieses Signal wäre ein Signal des selbsttätigen Streckenblocks, dann würde es auch Freifahrt zeigen. Wir sprechen nun von einer Rückblockung. Dieser eigentliche Zugschluss ist wie die eigentliche Zugspitze in den anderen Videos aus Gründen der Vereinfachung nie dargestellt, weil sie in den sicherungstechnischen Abläufen keine Relevanz hat. Hier ist sie aber dargestellt, weil sie planungstechnische Relevanz hat. Sie bestimmt unter anderem den örtlichen Versatz zwischen Signal- und Gleisfreimeldeeinrichtung. Gäbe es diesen örtlichen Versatz nicht, dann könnte ein ungünstig stehender Zug mit dem eigentlichen Zugschluss noch vor diesem Signal stehen, obwohl das davor liegende Signalbild bereits Freifahrt zeigt. Nämlich, wenn der Zug mit der letzten Achse bereits das Gleis freigemeldet hat. Eine Gleisbelegung wird sehr schnell hervorgerufen. Vereinfacht ausgedrückt, reicht oft schon eine technische Ungereimtheit aus und das System geht in den sicheren Zustand über. Ein belegt gemeldetes Gleis gilt stets als sicherer als ein freigemeldetes Gleis. Die Kriterien einer Gleisfreimeldung, wie es hier gerade geschieht, sind hingegen aus Sicherheitsgründen oftmals umfangreicher als die Signal-Haltfall-Kriterien. Beim selbsttätigen Streckenblock gibt es beispielsweise zusätzlich zum Kriterium Überfahrt über die Zugschlussstelle auch das Kriterium des Belegzustandes des Nachbarblocks. Eine fehlerhafte Gleisfreimeldefunktion könnte einen besetzten Blockabschnitt als unbelegt markieren. Dieses geringe Restrisiko wird oft mit mehreren Kriterien im Sinne der Fail-Safe-Logik ausgemerzt. Die Mehrfachfunktion der Gleisfreimeldeinrichtung kann aus zwei Perspektiven gelesen werden. Entweder aus der Perspektive der Gleisfreimeldeinrichtung selbst. Da hat man einen Signal-Halt, eine zeitgleiche Gleisbelegung sowie eine anschließende Gleisfreimeldung für den zurückliegenden Block. Oder aber aus der Perspektive des Streckenblockes. Man hat einen Signal-Haltfall über das Kriterium der Überfahrt an der Gleisfreimeldung am Blockanfang inklusive einer Gleisfreimeldung und eine Gleisfreimeldung durch die Räumfahrt am Blockende. Noch eine kurze Ausführung zur Wortsemantik. Wir sprechen von einer Gleisfreimeldeinrichtung oder von einer Zugschlussstelle. Leider bezeichnen weder der eine noch der andere Begriff dieses Funktionen hinreichend. Die Verkehrsunternehmen behelfen sich mit weiteren Begriffen. Beispielsweise mit den Begriffen Signalzugschlussstelle und mit Fahrstraßenzugschlussstelle. Diese beiden Begriffe sind hinsichtlich der Funktionen nicht generell unterscheidungsfrei. Wenn man bedenkt, dass eine Gleisfreimeldung entweder von der einen oder von der anderen Seite befahren werden kann. Ich belasse es bei den Bezeichnungen Gleisfreimeldung oder Zugschlussstelle. Sehr übersichtlich lassen sich Zugschlussstellen anhand der Funktionen in Abhängigkeit der Fahrtrichtung zuordnen. Zugschlussstellen betrachtet von der Befahrungsrichtung von links nach rechts haben entweder die Funktionen Signalhalt inklusive Belegung und Freimeldung als Aufgabe, wie diese hier. Zugschlussstellen ohne Signalbezug haben zumindest eine Gleisbelegung wie diese hier oder eine Gleisbelegung und eine Gleisfreimeldung, wie diese hier. Die Verteilung in der Gegenrichtung sieht dann gänzlich anders aus. Okay, verstehe. Wenn ein Zug über diese Zugschlussstelle fährt, dann gibt es neben einer Belegung auch eine Freimeldung, damit andere Züge wieder auf der Strecke fahren können. Genau so ist es. Auch die anderen Themenfelder der Videoserie Bahntechnik und Bahnbetrieb sind ein Besuch wert. Schaut sie euch an! Schaut sie euch an! Schaut sie euch an!